Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Aber für keinen besonders. Jedenfalls, bis er sein richtiges Herrchen gefunden hat. Keine Hunde im Bus. Seitdem er in der Gewerkschaft ist, sagt jetzt Ja. Glaubt er, er hat Rechte. Egal, wie traurig du mich anguckst, das ändert nichts. Du kannst also aufhören. Manchmal suchst du dir einen Hund aus. Manchmal geht es umgekehrt. Komm rein, Mann. Niemand sitzt da, wenn Retta sitzt. Lass das. Jetzt benimm dich wie ein Gentleman und rutsch rüber. Jemand, der diesen Ort versteht und wie wichtig ein aufrichtiges Wesen ist. Jemand, der unsere Heimat ausmacht. Und dieser jemand ist ein Hund. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020